So, willkommen zurück bei Doom Eternal. Es ist sauschwer, wenn man das so nicht macht. Ich will jetzt mal Zwischenprüfung. Aber es wäre zu uns leer, wenn man es zu werden kann. Perfekt, komm mal her! Arm! Ich muss eigentlich von der Kanzlerbbromben. Abdaum! Abdaum! Ja, es war nur noch die Kampfplattform. Gib her den Himmelsschlüssel! BAM! Schon so langsam, dass man Himmelsschlüssel in der Hölle bekommt. Und das krasse ist, die Dinger healen und healen dich von und hauen dir auch noch vor das Hild rein. Von hier drüben haben wir alles. Ja, gucken wir lieber nochmal nach. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber ich mag diese Prüfung. Ja, hier ist nichts. Die andere Plattform, die wir dort oben haben, die muss irgendwie anders erreichbar sein. Aber offensichtlich ist da hinten auch nichts. Ich glaube, dass... Oh, da ist ein Flugzeugfrag. Das erkennt man sofort. Ja, dann... Ehm... Hören wir mal auf die gute alte Missione. Ich habe keine Ahnung was wir von einer Art anziehen brauchen. Ich hab das geklappt, ich hab das mal gebaut. Danke, das ist alles gut. Cheat's schon wieder. Hier ist Dr. Elena Richardson. Protokolleintrag 002. Probandenanalyse Doomslayer. 24. Januar 2163. Diese Testperson ist keinesfalls ein Dämon. Blutproben, die vor den Ereignissen auf dem Mars genommen wurden, zeigen die Blutgruppe AB positiv. Er ist männlich, mit einem Genom, das ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit als Mitglied der Menschheit ausweist. Auch wenn erhöhte Stärke, Geschwindigkeit und Athletik dagegen sprechen. Allerdings lassen sich in den Blutproben Fremdkörper unbekannten Ursprungs feststellen. Als aktives Mitglied der wissenschaftlichen Gemeinde kann ich nicht der Annahme einiger meiner Kollegen beipflichten, dass es sich bei ihm um einen, in Ermangelung eines besseren Begriffs, Gott handelt. Einen Racheengel, die rechte Hand des Verderbens, die hier ist, um die Menschheit von ihren Sünden zu erlösen. Aber ich kann den Zeitpunkt seiner Ankunft nicht ignorieren. Die Identität seiner Gegner, den Fegefeueranstrich dieser Katastrophe, in der wir uns befinden. Das hat meine wissenschaftliche Entschlossenheit auf jeden Fall erschüttert. Ah, ich will doch, dass man oben reinkommt. Hey, mein lieber Robby. Ähm. Machen wir gleich noch das zweite mit rein. Mobiles Geschütz, freigeschalten. Ach, der kann sich von von nein da mitbewegen. Morgen. Ähm. So mache ich immer die Türen auf. Das ist ganz normal. Ah, wenn man die beiden macht, dann kann man die Meisterschaft machen. So mache ich immer die Türen auf. Töte 5 Gegner zählen mal mit einem einzigen Satz von mobiles Geschütz ohne zu überhitzen. Hm. So, dann mal wieder ruhen und rein. Yep. So, dann mal wieder ruhen und rein. So, dann hacer lesória. so dann haben wir das auch mal und es gibt ja nur noch vier stück hier ist dr elena richardson protokoll eintrag 002 probandenanalyse doom das ging um das das ging um das der blutgruppe tief 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 Optional haben wir ja nicht den Ah, wusste ich doch, dass man da nochmal vorbeikommt. Ah, wusste ich. Ah, wusste ich. Ah, wusste ich doch, dass man da nochmal fies versteckt worden ist. Ah, wusste ich. 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 Ah. Ah. Ah, wusste ich. Ah, wusste ich. Ah. Ah, wusste ich nicht vom Boden, aber... Alla, was ist das? Das ist ein Snaps. Kann man sein, dass da nicht ein Snaps still kann oder so. Das kann ich keinem jetzt Wohnung verkaufen. so unethisch die uic auch agiert shut up boah die haben ja einfach viel zu verleben um erfolgreich zu sein ist harte arbeit von nöten moin so okay so 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 gestärkter daemon so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, nice! Auch oben umgucken, hier ist einiges zu entdecken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020